Ich fand das kleinere Mädchen mit den bronzefarbenen Haaren am schönsten, aber die weibliche Hälfte der Schülerschaft würde vermutlich den blonden Filmstar wählen. Doch das wäre ein Irrtum. Ja, sie sahen alle umwerfend aus, aber das Mädchen war irgendwie mehr als nur schön. Sie war absolut vollkommen. Es war eine verwirrende, verstörende Vollkommenheit, die mir auf den Magen schlug. Sie vermieden jeden Blickkontakt, sowohl untereinander als auch mit den anderen Schülern. Soweit ich es beurteilen konnte, starrten sie einfach ins Leere. Sie erinnerten mich an Models, die betont künstlerisch für Werbeaufnahmen posierten, ihrer eigenen Schönheit überdrüssig. Ich beobachtete, wie der drahtige Karl rasierte mit seinem Tablett aufstand. Die Colaflasche war ungeöffnet und der Apfel unberührt. Und davon ging. Sein schneller, anmutiger Gang gehörte er auf einen Laufsteg. Während ich ihm noch mit den Augen folgte und überlegte, ob es in dieser Stadt wohl eine Tanzgruppe gab, stellte er das Tablett ab und glitt mit unglaublicher Geschwindigkeit zur Hintertür hinaus. Mein Blick schnellte zu den anderen zurück, die sich nicht von der Stelle gerührt hatten. Wer sind denn die da drüben? fragte ich den Jungen aus meinem Spanischkurs, dessen Name mir nicht einfallen wollte. Als er aufblickte, um zu sehen, wen ich meinte, obwohl mein Tonfall das vermutlich erahnen ließ, sah plötzlich die Vollkommene zu uns herüber. Sie musterte kurz meinen Nachbarn, dann wanderten ihre dunklen Augen weiter zu mir. Schräg stehende Mandelaugen, dichte Wimpern. Sie wandte schnell den Blick ab, viel schneller als ich, obwohl ich, als ich merkte, dass sie zu uns herüber sah, sofort aufgehört hatte, sie anzustarren. Ich spürte, wie sich wieder rote Flecke auf meinen Wangen bildeten. In ihrem kurzen Blick lag keinerlei Interesse. Es war, als ob mein Nachbar ihren Namen gerufen und sie nur unwillkürlich aufgeschaut hätte, auch wenn sie nicht im Traum daran dachte, ihm zu antworten. Der Junge neben mir lachte verlegen auf und starrte wie ich auf die Tischplatte. Seine Antwort war ein gedämpftes Murmeln. Das sind die Cullens.